Diesen Typen, den ich da spiele, liebt es Briefe zu schreiben und ganz besonders einem Menschen. Und das macht er sein ganzes Leben lang. Die sind keine Partner. Und hier und da haben sie auch mal eine etwas intensivere Beziehung, aber letztendlich sind sie frei voneinander. Keiner kann einen Anspruch stellen.